ich muss erst mal wieder hinkommen ich habe noch nicht mal eine scheißwaffe doch jetzt zumindest mal ein bisschen ich habe disco aber ich jetzt die habe ich ja auch gerade so langsam fehlt mal eine anwesend abwesenheit bemerkbar wäre das gut was machst du da bei mir ist da jemand gestorben ich bin kein trader nate nein ich lebe noch okay das wird sowieso schwer ja ich stelle dir vor ich lebe noch wieso ist der kicksel stumm schulden oder waren detektiv dem vertraue ich schon mal nate aber ich dir nicht ja das ist mir schon klar das weiß ich aber ich vertraue dir das heißt dass du mir dass ich den herlaufen und vorhanden 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 vor ja wenn ich nicht tot bin wo ist ein auflauf der punger hört auf ach das schiff das habe ich ja noch nicht sagen wir machen wenn ihr so zu zweit von mir rumgammelt nein du bist genau was haben wir zwei detektiv das war ja nur aber wir müssten eigentlich drei trader haben bei der menge von spielern ich denke mal drei später sind daher ja ich werde beschossen lebst du noch ja 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 da läuft schon vor mir war nicht aber ja der geschützt schüsse shotgun ja weil ich da oben auf dem turm geschossen wurde das ist jetzt sein auf dem war das plan hat run kran scheint tot Pit? Ja ja. Chris ist gemutet. Entweder tot oder einfach nur gemutet. Paula? Inspektator. Achso, okay. Tüte? Sagt auch nix mal. Interessant. Anfo? Hm. Max? Ja. Okay. Nate? Lan? Mhm, 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 mhm. Pit found the body of Kiexel. Du brauchst kein Detektiv holen. Der ist scheinbar tot. Ja, dennoch. Safety first. Ich versteck mich, Hilfe. Geht, ist das Schiff laut? Ja. Ich bin auch so wasserscheu. Ich höre irgendwie ständig Türen. Hallo. Hallo. Hi, Luis. Hi, Luis. Ich kann aber nur ein Stinschen heute mitspielen. Leider geht es nicht länger. Kein Problem. Einfach einsteigen. An Saft. Aus dem Wasser oder dem Crossbow. Ich hab's noch gehört, dass im Wasser jemand rein ist. Wie heißt das Passwort wieder? Ähm, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, wir sind. Die Mode gerade wird gestreamt. Du kriegst es gleich. Achso, Schnitze, so am Rand erwähnt. Wir sind vier Traitor. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen Matsch. Vier? Ja. Ja, wir waren vier Stück. Ja, das war das Gruppchen, was da vorhin zusammen stand, ne? Gut, aber eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das waren elf Leute jetzt drin. Jetzt kommt Luis noch dazu. Das sind wir zwölf. Achso. Also, äh, finde ich jetzt vier Trader nicht zu viel. Hast du Keks? Warst du AFK am Starterrunde? Ja. Geht ihr wohl. Echt? Ich hab dich mit dem Grobot totgeklappt am Start. Ja, war mir klar. Ich mach mein Pausebildschirm weg, starte meine Aufnahme. Kommt rein, tot. Dann hab ich schon gleich gewusst, Anfuhr habt ihr schon vorher auf mich draufgekloppt? Nein. Anfuhr muss mich natürlich umbringen. Innocent. Bin hier mit Lahn. Innocent. Und mit Schnitzel. Hä? Meine Aufnahme funktioniert nicht. Du laufst hinter mir her. Ja, jetzt lauf ich ein bisschen her. Sag mal, geht's da rein? Ja, gut. Achso, jetzt stimmt, das Wasser bringt der Schaden. Ja. Wird ja nicht verraten, wo du warst. Was? Ja, hallo. Ein Bauabendversteck. Hier sind sie alle. Sollte ich vielleicht auch das Mikrofon wieder anmachen. Das wäre eine gute Idee, ja. Prinzipiell wäre das jetzt nicht die schlechteste Idee. Lahn schwappen, lavenz und die ganze Zeit so vor mir herum. Ja, genau. Vor dir herum. Ich renne vor dir weg. Geh doch hoch da. Endlich Munition. es gibt es denn da das ist werbung alles klar können möglich nur trader lernen aber ist egal was die raketen nein nein kann jeder ich vertraue kein von euch kicsel vertraut sich ja selbst nicht mal ja obwohl ich bin fixe wo bist du ich komme zu dir wer ist inspektor nein ich bin kann inspekt doch du bist detektiv baby kann hinten bauzeite versuchen der bereich oder paula alles gut böse paula du schon wieder bleibt man hier damit die kinder wiedergelebt jetzt eine runde schwimmen wer klopft denn da die ganze zeit was sie kommen jetzt doch hallo laden steckt sich immer das ist bei mir was auch du bist ja nicht ein toter hast du auch da bin ich gerade drunter geworfen kommt hierhin die diesburg immer wieder dann hängen sie auf um es kriegst da will ich hin nein nein willst du nicht doch mein gott du hättest mir immer hinterher ich renne hier nicht hinterher du warst ja weg wer kommt da ist das kicsel noch mal über bord die leute aufgänge 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 die leute aufgänger wenn du die leute über bord schmeißt tauchen die einfach wieder aufm schiff auf ok also was soll vorkommen bäh wien haben wir denn hier das geht dann auf und 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 pitti ok hm ob mir das so gefällt weiß ich nicht wir haben paula getötet also du hast paula getötet wir haben paula getötet ja paula war aber traiter hallo nahan Udin dann will ich nichts mehr zu sagen da vorne ist wer hm hm jacke hallo kicsel ach du bist safe da geh hier gerade irgendwie rum schnitzel mit was wir machen mit einer shotgun und einer pistel aha mit dem beladen oben warum ey antwort warum bist du hinter mir nein 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 warum die frage kam das meine ich lahn doch weil gerade baby gunnräderer und deswegen du war gerade mit der pistole da dann rumgefuchtet hast ist gerade stehst du noch da oben ich zeig sie dir meine ja genau da ist er warum bist du badly worn ach das ist max ja wie lang ist da vorne achso hm da kommt der seit der stelle zumindest gerade neben zu sein ähm da guck pistole hier das ist ein ganz einfacher pistole warte ich stelle mich seitlich an wo bist du her siehst du hier drüben einfach einmal schießen mit der pistole kein problem warum was gehört so okay so ja es geht gut dann bin ich ja froh oh gott das waren sie konnte so schlecht hier aha schnitzel oh jeje holy shit gute ah da schleicht der chris er ist schon near death was ist los im wasser eingepennt im wasser eingepennt ah was war das los hier vorne chris ist glaube ich down schnitzel machst du das schnitzel 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 fuck er hat mit dem baby auf mich geschossen verdammt so ein scheiß ding ey 3 health ey meine fresse ich hatte keine emotionen der kitzel und mein letzter schuss hab's von Anfang an gewusst es ging aber relativ schnell mit dem trader was war da los außer dass die ähm meisten tot waren keine ahnung schnitzel sag du mir das ja ich weiß es nicht nehm nicht auf leider ich denn wie geht nicht kicksel fliegt ihr kriegt das spiel nicht ab was kicksel fliegt kicksel ist traitor hat man die glocke auch man glauben sie mir wieder sämtliche waffen weg von mir ich mach da nichts raus von dieser scheiß tür ey ja super der kris will mich verhauen mit jetzt nicht mehr was war das ich bin traiter ich bin traiter was süße ja man sollte halt nicht vor lauter ich hau kaputt ich hau kaputt so ein exklusives fass hauen schnitzel ja schnitzel ja schnitzel ich hab grad geguckt wer dete ist wer was ist wer dete ist hab ich geguckt mhm 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 hallo max hallo schnitzel warum bist du gehört ist was passiert warte doch antwo antwo schießt auf mich warum hast du an warum hast du ran geschossen der hat zuerst auf mich geschossen hast du das gesehen ich habe nur schüsse gehört der lief die ganze zeit hinter mir welche schüsse da schaut gar nicht wir haben beide einer so ok jetzt habe ich meine waffen weggeworfen wer ist detektiv run by innocent wer ist detektiv bei kicksell pit ja kannst du herkommen ok die tüde ist auch tot ähm richtung äh schiff also andere schiffsseite also nicht da wo es unter wasser ist sondern andere seite ah bist du richtig pit komm her weg das nach vorne guck mal ob der da ja hau ab was denn kommt nicht mit der grover in die hand hallo kicksell antwo rastert aus wie gehts du kicksell kicksell wieso bist du her ja hallo luis ich bin hier hinter euch ja seh dich ich glaub er hat tollwut ich guck grad an vom mieter ich guck grad an vom mieter fixell ja ich trau dich nicht ich dir auch nicht nate das ist schön luiz ist hier luiz ne ich bin die ganze zeit jetzt hier ich hab das nur aufs deck geschafft ja ja die ist schon die ganze zeit da hast du gesagt dass ich bei euch bin ne ich seh dich ja schon die ganze zeit hier schreibe schreck eigentlich am besten so mieter warum stehst du die ganze zeit so ruhig rum eigentlich weil ich aber antwort sie weg auch nicht geh halt ja gut das habe ich auch aber der ist nie jetzt ist ein schuss ist er weg ja der partner kann ich also ruhig stehen bleiben wer kommt da hinter dir ich bin luiz und das ist ein klicks was lagen sie jetzt wieder ich mache nichts am ende vom schiff ohne steuer hat er gerade jemand geschossen ja ja so ein schuss so noch ein pistons schuss waren immer noch mit sniper ja ich mach doch nichts ja ich wollte nur sagen wirst du bist ich oder ich hatte eine kugel zwischen die augen hey du bist detective kommt er noch mal ich muss dir ja nicht vertrauen oder mit kommst du da auch noch mal her ich leite an und so und mir so dienen nun weg da sitzt doch dann bitte bitte alles als der spring doch die blöde hier unten wie liegt eine waffe plan bis ip wer hat geschossen das ist einfach der eskaliert glaube ich wäre jetzt beim steuerrad ja wo bist du genau die andere ecke bei mir ist bei mir ist mit der leite oder munition ey muss ich zeig jetzt über 20 in der kaufschriftlich eine leiche wir essen nicht weiß ich nicht die lektüte ach so den hat peter vorhin schon ähm konfernt hier und bitte bei enno hallo kicksel hinter mir ist louis aber schreck eigentlich so du brauchst dich gar nicht hinter mir zu stellen das mag ich nicht nein wir sind nicht alleine da ist auch noch an vor hallo unter anderem oh scheiß tür wo bist du und nate steht auch noch da und da ist pit da vorne liegt die leiche warum kriegt man von den türen eigentlich schaden das freu ich mich auch schon vorhin hier ist nate da ist paula ist tot ok ja pit kannst du was näheres sagen zu den totem was ist denn los was guckst du so und die louis rennt mir hinterher der länder sagt dass wir sind mein tod na 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 totale eskalation was christ was ist was 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 wie Keine Waffe mehr. Ich auch nicht. Gott, mich friert es gerade. Ja, ja. Wo ist sie? Ja. Keine Decke. In der Nähe. Hallo Keksel, Keksel ist es! Wo, wo, wo? Direkt Sau, Keksel ist tot. Wo? Mitte, Mitte vom Boot, zwischen den Türmen. Luis ist bei ihm. Ich muss erst hier wieder mit der Steuerung klarkommen. Weiter, Minus auf C. Alt E, ja, nur so nebenbei, gell. Ah. Alter, ist hier ein Massfucker. Bin zwar blond, aber... Aber... Nicht blöd. Wäre nämlich da bei mir was aufgeblockt und ich hätte dann was gesagt, dann hättest du gesagt, ich bin nämlich ein Traitor. Endlich das. Eventuell. Okay. Hier sind ja extrem viele Leichen. Ja. Ach du Scheiße. Da läuft der Lahn. Hm? Hat er nicht vorbeigerand. Also, der Detective ist auch schon tot. Plan? Ich zieh auch voran. Äh, 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 da sind schwebende Koffer. Wir sind schwebende Koffer. Die verfolgen dich. Du, es geht runter von mir. Sorry. Auf wen stehe ich denn? Ja, wenn ich so sage, runter, dann gehst du runter. Pssst. Wer lebt denn jetzt noch alles? Gute Frage. Ja, gell. Ich hab Angst. Kann man aus Stimme, würd ich sagen? Ist überhaupt schon ein Traitor umgebracht worden? Ja, Keksele hat angefangen auf mich zu chancen. Zu chancen. Also, Lana ist bei mir. Oder Lana... Plan reicht. Entschuldigung, Lana. Ähm... Lebst du noch? Also, wenn ich gleich nicht mehr antworte, bin ich tot. Äh, na, 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 na. Hier. Nicht so unüberhaupt nicht, ne? Vielleicht hast du den noch rumgelegt. Ich hab mich gerade in der Tür eingeklemmt. Ah, ich hab auch einen Schaden bekommen von der Tür. Ich hab einen, einen Prozent Schaden von der Tür. Wie lange ist denn noch Zeit? Keine Ahnung, steht bei mir nicht da. Ah... 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 Louis, die Sau. Ich dachte schon, die Sau ist jetzt noch nicht. Die ganze Zeit, die machen nix. Die machen nix, ey. Die zu zweit laufen die ganze Zeit nicht mehr. Und teile da schießt. Ich hab mich verarschockt. Ich hab das erst gar nicht gemacht. Und dann hab ich erst gar nicht gesehen gehabt. Oh, mal, ey. Totale Eskalation. Eben, ja. Das war echt krass. Ja, das war echt krass. Ich hab mich jetzt selbst erschrocken. Mein Tod war ja wohl der Geilte. Ja, Paula, du warst ja erstes Tod, oder? Ja. Also, neben Tütendackel. Aber ich hab... Also, Anfo hab ich's gesehen, wie er jemanden abgeknallt hat. Deshalb bin ich die ganze Zeit. Ah, gut. Ich dachte, Tütendackel hab ich da weggeknallt. Hättest du was gesagt? Ich... Ich hab ein bisschen Orientierungsschweres für Ahlenschiff. Aber... Ich hatte Anfo im Verdacht eigentlich. Aber... Ich hab mal nix gesehen. Deswegen kannst du einfach schießen. Aber ich wusste nicht, ob noch irgendjemand lebt. Und ich kam mir nicht zum Confirmen. Naja. Ist ja natürlich das gefundenes Fressen gewesen. Ja, aber wieso... Wie sie sich alle selber über den Haufen schossen haben. Das ist okay. Das war das Galtste. Detective steht vor mir. Ich denke, ne, ey, mal abdrücken kannst du noch. Vielleicht schaffst du es ja zu killen. Und dann hör ich noch noch... unterwegs ich bin auch unschuldig sind ja ja du unschuldig gerade du bist unsauber wieso ich habe ich habe geduld hallo ich wusste meine face camera umsetzen ja ich wollte nur sagen dass du bei mir ist genauso wie ich stehe mal ganz kurz in der ecke ich muss meine face camera kurz rumziehen sich dort weil die schützen ja ich so wieso ist der blut am schornstein war nur nate nate hallo kekse ich will nicht springen aber ich mag es trotzdem anfo hier oben liegt chris ich komme jetzt mir nur vor dem verrückten da vorne und hey das bin ich alolan das meintest du mit da vorne run ist verwundet warum bist du verwundet man sollte nicht zu lange unter wasser ja ging jetzt noch was ihr vielen gruppen treff dürfte ich ja also ich bin bei schnitzel ich schieße gleich zwischen mir ein wenn du weiter auf mir stehst ich komme aber nicht hier rechts bis ich bin cool kann es sein glück wie es passiert ist hallo wer ist dann alles tot bitte melden ich bin nahtod du hast quasi eine nahtoderfahrung was was ist das für eine waffe das ist eine ganz normale diegel achso ja bewegt mehr nicht äh wie ich habe auf die tonne geschossen die ich gerade bewegt hat könntest du bitte in die andere richtung nate antwort vertraue ich mal solltest du nate ja ja und tüte folgen mir fit ist bei mir ich laufe hinter kicksel her fit wer war doch mal irgendwo hättest du allein aber ich trau dir nicht auch wenn du blöde bist hallo paula servus servus ja ich trau dir nicht aber du willst bestimmt nennen wir recht oder hehehehe herrlich servus halt so nein nein es ist immer noch bei mir gegen der toten chat noch mal toten chat ja wenn du tot bist ähm ähm fit visiert mich die ganze zeit an und er weiß dass ich da auch hallo fit ist bestimmt waaah ja ok ich schreck mich doch nicht so glauben auch ab paula ist bei mir paula ist bei mir ja und lahn ist auch nicht allzu weit weg jetzt run ist tot ok run war trader macht schon nur noch drei auf jeden fall na bestimmt fit und pit ja lahn ist bei mir wie gesagt und paula läuft jetzt gerade weg ja aber lahn ist schon die ganze zeit auch bei mir ja ich bleibe auch hier vorne das gebe ich auch ehrlich zu aber ich würde nicht in die quere kommen bitte was ich sage ich bleibe hier vorne aber ich werde dir nicht in die quere kommen immer noch fit ist ja alles gut macht mich nervös wenn andere hin und her läuft ja peter guckt mich die ganze zeit an wer ist schon längst tot zu info ich drehe wieder um dass sie mit so viele ja da ich den blacker pit oben mit mit mir ja ich habe angst vor ihm wer mich anvisiert habe ich nicht weg also gerade wenn er mich anvisiert würde ich weggehen er kann ja zurückschießen er will ich schon wieder eine tonne gut oh da flog gerade ein koffer huch pit hallo es ist fast tot ha ja scheiße war wohl die falsche tonne wer war das war wohl die falsche tonne so alt oh ich bin der fast tot ja komm er schießt mich komm paula und pit und tue den dackel ich bin detective da hinten ist jemand da hinten da ja 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 ist ja das versteckt ja ja was wird es tüte ist es auf jeden fall warum weil ich hier oben auf dem schaust auch gesehen habe hier los schießt ok dann wird auch sein weil die ganze zeit zusammen rum und paula äh nate was war jetzt nate nate paula gesagt alles klar gut also er hat was gesagt ja paula ist gut ja redig er wie was echt so lan nach wie vor bei mir das könnte kollateralschaden gewesen sind moment war treffer kriegst du paula ist vorne am buch obendrauf jetzt als ritter äh hat oder das kriegen wir raus nachdem wir sie perforiert haben hat hat die leiche von nate schon jemand gefunden äh ja ich glaube ich sehe sie liegen ah ich bin oh mann ich lauf schon seit bestimmt 5 min hinterher also paula das war jetzt echt doof ich war doch ein schöner schuss 2 naja zwei schöne schüsse 3 3 3 wahrscheinlich und oben den sekunden nach runden start war ich instant tot aber doch du hast mir einen prozent 9 prozent habe ich abgezogen 91 hatte ich noch hier gibt es kaum welche selber schauber ich habe ich gerade gemerkt könnte aber schon die letzte runde sein das letzte runde ist ich mag die karte nicht einfach auf verdacht die beiden frauen befohlen sich hier was die will ich sehen einlassen ja dass der markus nicht so viel arbeit hat ja also der wachter schüsse hallo blackout blackout nade geh weg nein ich bleib bei dir vertraue ich ja aber ich dir nicht nein und eine pistole in der hand kein one-shot kill von mir geh weg ich habe keine holster von aus dem ganz einfach ja dann wird nicht mehr los das war sie nicht verarschen gibt es keine hier schießt jemand ja schnitzel ich hab's gesehen schnitzel stehen stell dich deinem tod warum schießt du mich an ich bin komplett verwundet weil mich irgendjemand angeschossen hat wer lebt denn jetzt hier sind drei hier sind drei leichen ja dann kommen wir mal genau ich fühle mich gerade geschockt etwa detektiv waren ich gehe hier nicht raus ja ich gehe auch nicht raus so lange du da oben hochst ja so viel aber ich würde gern raus hier läuft jemand ja ja du erschießt mich jetzt wenn ich jetzt mache okay okay louis ist es auch nicht jeder baby gone wer lebt jetzt noch alles wie meine wenigkeit ach ihr habt euch hin versteckt ja oh hier vorne hier vorne was bin ich war ballert der einfach rum also ich bin steuerbord was mich jemand sucht was ist steuerbord steuerbord ist steuerbord ich weiß noch nicht ach das reicht's okay okay Was ist das? Wieso seid ihr alle so still? Ihr lebt doch noch alle, bis auf wenige Ausnahmen. Also ich gehe mal davon aus, dass die anderen, die jetzt noch leben, alles Traitor sind. Und mich suchen. Erfolg. Wie gesagt, Steuerbord. Au. Ich bin nicht behindert. Ja, alles durchsuchen. Das ist ja unglaublich. Aber er findet mich nicht. Nein. Nate ist auf jeden Fall Traitor, das weiß ich. Nur so für diejenigen, die noch leben und vielleicht doch noch innocent sind. Nein. Ich bin nicht behindert. Ist doch nicht wahr! Das ist aber auch nicht heilig. Danke Chris, danke. Sitzt er da oben? Was war's für ein Gewetzel da? Habt ihr euch gegenseitig abgeknallt oder was? Ey, Louis hat mich abgeknallt. Keksel hat Louis abgeknallt, wo ich dachte, hm, Louis ist doch kein Schwert. Ich hab Schlitzel rausgezogen und da hat Louis mich dann weggebumst. Ja? Ich hab noch gehört, wie er Louis gesagt hat, deswegen hab ich sie gleich niedergeschossen. Chris, hast du auch noch gespawnt? Ich bin da gespawnt. Ach du bist da gespawnt? Da kommst du nicht hoch. Doch, doch. Ich hab mir das schon angeguckt die ganze Zeit, da kommst du hoch. Also dann würde ich auch da stehen bleiben, wenn ich da spawnen würde, würde ich mich gar nicht bewegen. Naja, ich hab mich dann nicht mehr wegbewegt, wo ich dann innocent war. Da hab ich mir gedacht, komm, egal. Ja, eben. Wird da keine Waffen? Ernsthaft? Ich krieg ein Prozent Schaden von der Scheiß-Tür aus Milch. Hab ich auch schon zweimal gekriegt. Da musst du ja auch passen an der Tür. Gibt doch ne Klappe, die zieht ein bisschen mehr ab. Kann mir jemand mal sagen, wo ihr Waffen gibt? Ich bin unschuldig. Ich bin bei Tüte. Ich bin unschuldig. Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Nee, auf mich mit Magneto-Stick. Nee. Hahaha, da bin ich schuldig. Ah, Lahn. Lahn. Ich bin bei Schnitzel. Was? Wo? Da. 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 Hast du doch gesagt, der spektifelt ist. Ja, jetzt bin ich mit der Klische Hüte. Diese Tüte. Hier ist in der Tüte. Ich habe Tüte. Da ist den Plan da. Der ist jetzt direkt. Da bleibe ich. Da bleibe ich. Moiné. Hallo. Vermutlich 도しく sp Nur 6 007. Okay, jetzt ist märme bei 친구�girl. Was Du Das Ja, natürlich War ich da Warum, das nicht mehr weil ich kann hallo ich habe gerade genommen ja ja du hast gerade die waffe aufgenommen und stehst die ganze reine ecke ohne dich zu bewegen ja ja ich weiß nicht und tüte ist bei mir und ron und grüßt bei mir ich mich auch hier natürlich bin ich da möchte hallo geht so ich gehe gleich das ist nicht gut ja weil wasser läuft hier vor mir ist hinter mir hinter mir ich lade mit schott gar nicht hinter mir und zielt auf mich da ist der blick kapitel es hört ja ja wasser 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 hier ist und hier ist kicksel du bist es und hier ist noch hier oben war noch jemand hat mich schon ganz allein gefühlt da ist paula vorne ist nicht bei mir was ich weiß nicht nein ach hast mich aber gleich gesehen muss ich bin ja ich werde beschossen ich ich auch dann habe ich dann gehe ich wieder da hinten läuft und ist dort ja wie gesagt ich bin gerade am trinken ich habe nicht erschossen warum das meine meines erachtens nach auf jemanden geschossen hat die identifizieren mal landet und hier ist aus der stelle gerade und hat keine waffe in der hand identifizieren mal bei den trader bist du hast ein grad erschossen also wirst du in der nähe sein und ihn natürlich dann identifizieren können nein ich bin nicht in der nähe also was geht denn hier los geht denn hier los warum hast du da schon los geht gar nicht das schiff ist kaputt weil er rot war das fährt gleich weg pass auf so darf ich denn bitte alle personen bitten in den maschinenraum zu gehen weil der bombe hat was hast du ja schon maschinenraum gefunden oder was nö der wär mir soll ja neu aber der geht ja mal als erstes mit unter deswegen bahn und bahn musst aufpassen die kann dir ordentlich schaden machen das teil hier kriegst dich auf ich bin im rettungsgut genau bin ich wenigstens gerettet aber wenn du da saublöd stehst haut dir voll auf den kopf da hat jemand geschossen ok war das diesmal nicht ich weiß es nicht genau wer lebt denn jetzt noch alles me paula ist da in der ecke paula kommt zu uns warte jetzt paula denk ich aber nicht dass es ist sie hat mich ja gesehen sie hat mich auch erschießen können und der tütendackel ist auch bei uns ja tütendackel irgendjemand hat kurz von tot tüte gerufen ja ich gehe davon aus dass es tütendackel ist ich fahre mich jetzt wieder zu euch dahinter durch die tür gell ich will nicht allein sein da drüben ist tütendackel ja so so dann gelern komm zu euch geht's nicht jup nate war traitor ich ist run weg ja wo ist es nur weiß ich geh weg geh weg heißt geh weg nein da ist detektiv und bei detektiv fühle ich mich wohl mhm 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 ja ich weiß ja